Hallo liebe Filmfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Disney Video Update hier auf meinem Kanal Andis Kinoblog. Ja, ich habe wieder eine neue Disneyland Paris Figur für euch. Und zwar handelt es sich hierbei um eine kleine Szenerie aus dem Zeichentrickfilm Peter Pan. Ihr seht hier wie die liebe kleine Wendy den Peter küssen möchte und auf der linken Seite, vielleicht ganz klein, seht ihr am Haar die kleine Tinkerbell, die jetzt die Wendy zurückzieht, um den Kuss zu verhindern. Ja, ich habe diese wunderbare Figur aus dem Disneyland Paris. Mir hat die jemand mitgebracht. Wirklich eine sehr, sehr schöne, tolle Figur. Diese Figur hat so eine leichte Holzoptik. Das ist eine ganz, ganz spezielle Serie. Ich drehe sie einmal kurz um. Und zwar aus der Showcase Collection mal wieder und An Unexpected Kiss nennt sich diese Szenerie. Und wie man sehen kann, ist es natürlich aus Disney, aus der Disney Tradition oder Disney Traditions Tradition Reihe hergestellt in China. Produced by Enesco. Und das Ganze ist natürlich auch limitiert. Ja, derzeit gibt es diese Figur noch im Disneyland Paris. Man kann sie dort noch kaufen. Sie kostet ungefähr 70 Euro. Ich habe aber viel weniger bezahlt, weil die jemand verkauft hat. Und daher bin ich auch ganz froh, dass ich die bekommen habe. Also wirklich eine sehr, sehr schöne. Sie hat halt diese Figur oder Figur Collection hat halt so eine Holzoptik, als wäre sie geschnitzt. Ich werde in den nächsten Wochen nochmal ein paar andere Figuren diesbezüglich vorstellen. Aber wunderschön gearbeitet. Auch das Gesicht von Peter Pan. Wirklich auch hier mit dem Dolch und auch mit dem Hut, mit der Feder. Auch Tinkerbell ist, auch wenn sie so klein ist, ist. Man ist wirklich gut gearbeitet. Man muss hier echt aufpassen, dass man die nicht abbricht. Aber eine sehr, sehr schöne Figur und die macht sich natürlich auch richtig gut in der Vitrine. Ja, ihr Lieben, das war es schon wieder, weil mehr kann man dazu leider nicht sagen. Und das war mein Video zu der Kuss-Szenerie von Peter Pan. Ich hoffe, euch gefällt die Figur auch. Wir sehen uns natürlich bei meinem nächsten Video. Haut rein, euer Andi von Andis Kinoblog. Bis dann. Ciao.